Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Brustkrebs, das ist eine Diagnose, vor der viele Frauen Angst haben. Stellen wir uns mal vor, Ihr Gynäkologe hat bei einer Untersuchung irgendetwas in Ihrer Brust entdeckt oder Sie haben selbst einen Knoten ertastet und jetzt wollen Sie Gewissheit haben. Im Brustzentrum der Asklepios Herzklinik Goslar können Sie diese Gewissheit bekommen. Dieses Brustzentrum ist an die Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe der Herzklinik angebunden. Und bei mir ist jetzt Ahmed Zidane, er ist der Chefarzt der Abteilung und Leiter des Brustkrebszentrums. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Zidane. Dankeschön. Was machen Sie, wenn eine Patientin zu Ihnen kommt mit dieser Ahnung? Ja, erstmal wir beruhigen die Patienten. Wir machen dann eine Untersuchung. Die Untersuchung dann enthält Inspektion, das heißt gucken, ob es irgendwelche Veränderungen in der Brust gibt. Zum Beispiel dann Hauteinziehung, Mammelensekretion, Schwellung in der Brust, Rotung der Brust. Und gucken wir auch dann die Achselhüllen beidseits wegen den Lymphknoten. Danach dann Palpation, das heißt jetzt dann auf Umgangssprache, Tasten der Brust, Abtasten der Brust. Bei der Achselhülle, auch dann die Lymphknoten, die vielleicht vergrößert sind, ja oder nein. Dann machen wir Ultraschall bei der Brust und bei der Achselhülle. Gucken wir dann, ob es irgendwelche Veränderungen in der Brust gibt. Ist das eine Zyste, was sie getestet hat? Ist das ein gutartiger Befund oder ist das jetzt dann ein suspekter Befund, was vielleicht dann Brustkrebs sein könnte. Dann die Achselhüllen beidseits untersuchen wir auch mit Ultraschall. Kann man ganz genau die Gefäße sehen, kann man auch ganz genau dann die Lymphknoten in der Achselhülle sehen. Ob die suspekt, ob die vergrößert oder ob die normal sind. Dann besprechen wir dann das Ganze mit der Patientin und gucken wir dann, ob noch irgendwelche ergänzende Untersuchungen wie Mammographie oder Mama-MAT nötig wären. Und der letzte Schritt wäre jetzt dann, ob wir dann Probeentnahme hier machen müssen oder nicht. Eine Biopsie? Eine Biopsie. Genau, wenn man dann da doch mal rein sticht. Ist das gefährlich? Nein, gar nicht. Das ist was, was richtig minimalinvasiv ist. Mit einer ganzen kleinen Nadel nach lokaler Betäubung der Haut und Unterhaut kann man auch dann die Probeentnahme machen. Und das Ergebnis von all diesen Tests, die Sie da machen, wozu sind die dann notwendig, diese Ergebnisse? Genau, da muss man dann wissen, ist das erstmal gutartig oder ob das jetzt bösartig ist. Das ist sehr wichtig zum Unterscheiden. Die Patientin kommt mit einem suspekten Befund, die macht sich natürlich Sorgen. Da muss man dann so schnell wie möglich auch dann das Ergebnis haben, damit wir dann mit der Patientin dann sprechen, in welche Richtung dann wir gehen. Und die entsprechende Therapie dann für jeden Befund auch. Wir schicken dann die Proben zu einem Pathologe, der auch vor Ort ist, macht die Untersuchung, guckt auch dann sich die Zellen und dann gibt uns das Ergebnis so schnell wie möglich. Sehr häufig kriegen wir den Befund am nächsten Tag direkt oder spätestens dann übernächsten Tag. Aha, und mit diesen Informationen geht es dann, nehme ich mal an, auch zu den Kollegen. Also es gibt ja diese Tumorkonferenz, in der das, glaube ich, ja interdisziplinär dann auch besprochen wird. Richtig, richtig. Genau, und da geht es ja dann nachher um die Frage, was müssen wir machen, müssen wir operieren, müssen wir eine Chemo geben, eine Bestrahlung. Genau, das hängt jetzt von der Tumorbiologie, also von den Eigenschaften des Tumors. Jetzt erstmal haben wir dann entdeckt, das ist jetzt ein bösartiger Tumor. Das ist der erste Bericht, was zu uns kommt. Wir sagen der Patientin, informieren wir ihr. Und dann der zweite Bericht sagt uns auch dann die Tumoreigenschaften. Da gibt es dann die Hormone, Estrogen, Proxtron, die sind die weiblichen Hormone und dann Antikörper. Und also das ist ein Faktor, was man auch dann jetzt dann die Prognose dadurch auch dann erkennen kann. Und Tumorzielteilung, wie schnell der Tumor teilt sich und diese Faktoren, erstmal kann man dann dadurch wissen, in welche Richtung wir gehen. Ob wir dann die Chemotherapie zuerst geben, ob wir überhaupt eine Chemotherapie dann brauchen, ob wir dann die Operation zuerst dann machen sollen. Alles entscheiden wir, wie Sie gerade gesagt haben, dann in der Tumorkonferenz, das ist ein interdisziplinäres Gespräch, wo jetzt dann viele Kollegen auch dann dazu sitzen, die Gynäkologen, die Strahlentrabeute, die Onkologen, die Radiologen, Pathologen. Also sitzen wir alle zusammen und dann stellen wir den Fall vor und entscheiden wir uns, was am besten für diesen Fall ist. Und natürlich, jede Patientin ist wirklich anders. Und jeder Patientin hat eigene Faktoren und jeder Tumor hat auch eigene Eigenschaften. Ja, das heißt also, manchmal muss man vorweg die Tumorherde verkleinern, zum Beispiel mit einer Chemo und manchmal nicht. Und manchmal wird man danach noch eine Chemo geben oder auch eine Bestrahlung, um die letzten Reste verschwinden zu lassen. Und manchmal ist es vielleicht gar nicht nötig. Richtig, ganz genau. Lassen Sie uns reden über die Operation. Ja. Weil das ja sicherlich auch etwas ist, worüber sich viele Menschen Gedanken machen. Ja. Muss die Brust ab? Also jetzt aktuell nicht mehr. Also in der Vergangenheit mit der Diagnose Brustkrebs, also sofort war die Entscheidung, die Brust muss ab, komplett. Und auch dann die Akzelle muss komplett ausgeräumt werden. Und das war wirklich ein großes Problem für jede Frau. Jetzt muss man nicht mehr. Die Wissenschaftler, die Studien, also die Sammeluntersuchungen, die gemacht wurden, haben dann jetzt ergeben, Wenn man nur den Tumor entfernt und der Riss der Brust bleibt und danach dann bestrahlt, die Prognose, die Sicherheit ist ganz genau, wenn dann die Brust komplett ab... Sofern man bestrahlt? Ja. Genau. Genau. Und die Akzelle auch, also die Lymphknoten in der Akzelhülle, muss nicht komplett entfernt werden, sondern nur bei besonderen Fällen. Und das ist jetzt in der Zeit wirklich sehr selten. Also da kann man da auch viele Komplikationen auch dann vermeiden. Etwas heißt die Wächterlinie für Knoten. Darüber lassen Sie uns ruhig nochmal sprechen. Genau, früher war es so, dass man in der Akzelhülle, glaube ich, die eben alle Lymphknoten ausgeräumt hat mit gewissen Nebenwirkungen. Dann wurde der Arm vielleicht manchmal dick. So habe ich es in Erinnerung. Oder dass man andere Störungen hatte. Und jetzt sagen Sie, wir finden den Knoten, der, ich sag mal, wo die ersten Metastasen auftauchen würden. Ist das richtig? Das ist richtig, ganz genau. Wie geht das? Genau. Die Kollegen in der Nuklearmedizin, die spritzen ein Material. Das ist ein radioaktives Material. Wird unter der Haut, rund um die Brustwarze, nach lokaler Betäubung gespritzt. Dieses Material läuft in die Lymphbahnen und dann stoppt oder hält in dem ersten Lymphknoten, sag ich mal so. Wo normalerweise die Lymphbahnen und Tumorzellen dann jetzt auch dann landen könnten. Aha. Ja. Dadurch, also während der Operation haben wir dann Gamma-Sonde. Da kann man schon dann den Lymphknoten entdecken. Also das bedeutet jetzt dann, die erste Station, wo das Material gelandet ist, könnte auch dann die erste Station, wo die Tumorzellen gelandet sind. Und dann entfernen wir den Lymphknoten, schicken wir zu dem Pathologe, guckt sich unter dem Mikroskop und dann sagt er uns, der Lymphknoten ist nicht befallen. Logischerweise, die anderen Stationen auch nach oben, dann sind auch dann frei. Falls die befallen wären, das wäre dann ein anderes Thema, dann müssen wir gucken. Wie viele Lymphknoten sind befallen und dann die Leitlinien und die Lehrbücher, dann die sagen uns auch dann, was man machen soll nach der Operation. Okay, ist das ein sicheres Verfahren? Ja. Auf jeden Fall. Man kann sich darauf verlassen, dass dann... Auf jeden Fall, ja. Aha. Das ist ja schon mal eine wesentliche Verbesserung. Auf jeden Fall. Nochmal zurück zu der Frage, muss die Brust ganz ab oder nicht? In welchen Fällen muss sie denn ganz ab? Genau, also Nummer eins auf Wunsch der Patientin. Wenn die Patientin kommt und die ist schon dann psychisch so darauf, dann eingestellt ist, ich brauche die Brust bitte ab. Dann die Brust bitte dann muss ab. Ältere Dame, die sagt, dann möchte ich die Brust ab, dann brauche ich danach keine Bestrahlung haben. Und die Nebenwirkungen dann von der Bestrahlung dann vermeiden, was sie wirklich dann jetzt zur Zeit sehr, sehr wenig und selten sind. Also dann machen wir dann das. Wenn der Tumor sehr groß ist und die Patientin möchte jetzt dann keine Chemotherapie oder Antihormontherapie dann davor haben, damit der Tumor kleiner wird, möchte dann nicht, dann können wir auch dann die Brust ab. Aber solche Fälle muss man immer mit der Patientin dann selber, solche Situationen dann besprechen. Zum Thema Bestrahlung, das war ja früher auch anders als heute. Wie sind mittlerweile die Nebenwirkungen von der Bestrahlung? Genau, die Nebenwirkungen zur Zeit sind die am meisten dann lokal, an der Brust begrenzt. Die Kollegen in der Strahlentherapie, die entscheiden sich auch, welche Dosierung, in welcher Reihenfolge, wie viel Mal zwischen 15 bis 25 Mal dann unterschiedlich von Frau zu Frau, von einem Tumor zu einem Tumor. Die Tumoreigenschaften, die entscheiden auch dann mit. Und die Patientin kriegt jetzt dann über uns einen Termin bei dem Strahlentherapeut zu einer Beratung erstmal, zu einem Gespräch. Danach, wenn die Patientin dann damit einverstanden ist, es wird ihr sowieso alles geklärt bei dem Gespräch. Und dann machen die dann auch weiter, die Kollegen, der Strahlentherapeut. Das heißt also, da geht es um Hautreizungen vielleicht noch. Richtig, schuppige Haut, trockene Haut, bisschen Rotung, bisschen allergische Reaktion kann man mit selber zum Beispiel behandeln. Einmal salber schmieren, bebandieren oder Ähnliches. Und am meisten, die Nebenwirkungen sind reversibel. Reversibel, das bedeutet dann, die gehen dann in gewisser Zeit wieder weg. Wenn ich so eine Operation hinter mir habe, mit oder ohne Chemo oder Bestrahlung, wie sichern wir ab, dass der Krebs nicht zurückkommt? Genau, das ist eine sehr gute Frage. Jede Patientin muss das auch dann wissen. Nach der Operation, wo wir den Fall in der Tomokonfrance dann vorgestellt haben, zusammen besprochen haben, die Therapie für die Patientin schon dann festgelegt haben und die Patientin ist mit der Therapie durch. Operation oder Chemo oder Operation und Chemo oder Operation Chemo, Bestrahlung, je nachdem dann wie empfohlen wurde. Dann etwas heißt nach Sorge. Die nach Sorge nach dem Brustkrebs ist auch dann sehr wichtig. Empfehle ich auch dann gerne jeder Patientin. Die nach Sorge in den ersten drei Jahren, alle drei Monate, dann die zwei Jahre danach, alle sechs Monate und dann lebenslang einmal im Jahr. Sehr wichtig. Die Patientin geht zu ihrem Gnäkologe hin. Der Gnäkologe guckt wieder auch dann die beiden Brüste, beide Achselhülle, tastet auch alles ab und macht auch Ultraschall. Ah. Genau. Und dann bei Beschwerden, falls was anderes sein sollte, dann entsprechend entscheidet er sich auch, ob er dann irgendwelche Bildgebände, Diagnostik, zum Beispiel Wiedermammographie oder MAT oder CT oder Knochenzintigraphie, ob er dann auch macht oder benötigt. Die nach Sorge ist wirklich sehr wichtig. Dadurch kann man dann auch sehr früh, falls etwas kommen sollte oder Rezidiv sein sollte, entdeckt man dann sehr schnell sowas. Ja, auch mögliche Metastasen, nehme ich mal an, oder? Richtig, auch. Genau. Deswegen, ich gebe nur dann Beispiel, falls die Patientin dann starke Schmerzen an einer Stelle hätte, ja, in der Webelsäule oder Skabel oder sowas, da kann man dann sagen, okay, hier mache ich Knochenzintigraphie, Knocheniskan sozusagen, zum Ausschluss Metastase. Das ist sehr wichtig, auf jeden Fall. Ja, okay. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Sehr gerne. Und wir sehen uns wieder auf YouTube, LinkedIn, Instagram oder Facebook. Werden Sie gesund.